Weingeschichte Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Eine Erfolgsgeschichte hat angefangen im Jahr 1860 mit Angelo Grigoli. Natürlich wurde überall auf dieser Welt eine Passion für die Wein in die Wege gelegt. 1972 entsteht dann Concilio durch den Zusammenschluss von Grigoli und Boschi e Gambroni. Das geht dann weiter, sie nennen die Das Wissen und Alles zusammen und 2018 die Fusion von Concilio und Cantina Sociale di Trentino. Und die Weine von Concilio sind Weine aus dem Trentino in einem Gebiet, das berufen ist für den Weinbau und die Produktion von hochwertigen Wein hat. Mori Vecchio, das ist ein traditionsreicher und edler Rotwein aus dem Trentino. Der Mori Vecchio ist einer der ersten Pordo-Couviets, die in den 60er Jahren im Trentino entstanden ist. Die Couviets besteht aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Und bei der ersten Weinlässe 1967, schon dann, ist er produziert worden und er zeichnet sich aus mit einer hervorragenden Struktur. Das möchte ich jetzt Ihnen vorstellen. Die Farbe. Er hat eine sehr schöne Farbe. So ein dunkles, dichtes Purpurrot. Mit einem kleinen, violett- und braun-Anteil. Eine wunderschöne Farbe in der Nase. In der Nase sehr, sehr vielseitig. Vielseitig. Ein bisschen Würzigkeit oder ganz leichte Schocchi-Anteile. Eine zarte Aromatik von der Barik und von den einzelnen Traubensorten. Wenn Sie diese Aromatiker kennen, spüren Sie diese heraus. Von den einzelnen Traubensorten. Und die Typizität der Traubensorten. Und im Gaumen. Wirklich eine sehr schöne Struktur. Ein mittelkräftiger Auftakt. Der Auftakt ist etwas ganz leicht. Er ist trocknend. Und die Harmonie, Gerbstoff und Züri ist wunderschön. Wirklich eine wunderschöne Harmonie. Er ist ganz leicht wärmend. Und ein sehr langer Abgang. Sein Name, Mori Vecchio. Er bezieht sich einerseits auf die Herkunft von der Weinkellerei. Der alte Teil des kleinen Dorfes. Mori im Valle Carina. Andererseits ist es ein Wundspruch für ein langes Leben. Das heisst, lebe lang bzw. Mori Vecchio. Das heisst übersetzt, stirb alt. Das heisst, lebe lang mit dem Wein. Mit dem Wein können Sie wirklich lange leben. Und dieser Wein ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch für 21 Fr. 05 Flasche. Eine sehr schöne Bordeaux Mischi-Couvet aus dem Trentino. Danke vielmal. Ade miteinander.